Das Spiel ist ein Schmutzlauf. Mit der 10. David Schröder auf der 2. Mal auf der 3. Mal. Felix Hoffmann raus. Für Stuttgart. Der 1. Schlag. 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 Und mit Eindrote. zieht sofort vorbei und er hat natürlich die Erfahrung schon in diesem jungen Rennsport, da lässt er überhaupt kein 2-0 an seinen Rennstuhl, da lässt er auch den Tagessieger in dieser Wertung von Ole Schmiedtelhoff und er hat einen Tagessieger in dieser Klasse. Hier haben wir noch die Punkte und jetzt greifen Ole Schmiedtelhoff und er hat einen Tagessieger in dieser Klasse. Klasse 6.